Die letzte Woche 2018. Herzlich willkommen zur neuen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast für die Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute beginnt die letzte komplette Arbeitswoche in diesem Jahr. Nächste Woche ist Weihnachten. Viele haben frei in der Weihnachtszeit. Deswegen sind es die letzten fünf offiziellen Werktage 2018. Und viele von uns nutzen ja diese Zeit zum Jahresende, um zum einen das Jahr 2018 so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Zum anderen sich aber auch zu überlegen, was kann vielleicht im neuen Jahr, in 2019 verbessert, optimiert werden oder effektiver gestaltet werden kann. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir mal eine Methode vorstellen, wie du natürlich schon ab heute oder ab 2019 deine Produktivität erhöhen kannst. Diese Methode nennt sich die 5S-Methode und hat den Ursprung in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde sie eingeführt und als innovatives Produktionssystem dort im Arbeitsalltag implementiert. Und die möchte ich dir gerne mal vorstellen, weil ich finde, dass da sehr viele gute Dinge sind, die dich zu einer Erhöhung deiner Produktivität und deiner Effektivität bringen lassen. Und diese 5S-Methode besteht aus fünf Punkten, sonst würde sie ja auch nicht 5S heißen, die da heißen Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren, Selbstdisziplin. Ja und sie beinhalten, wie gesagt, diese 5S, erhöhen deine Produktivität, steigern deine Qualität, schaffen Platz und reduzieren Stress. Jetzt möchte ich auf die 5 einzelnen S mal etwas detaillierter eingehen, was da hinter steckt und was das bedeutet. Starten mal mit dem 1. S, mit dem 1. S, Sortieren. Das heißt, schau dir deinen Arbeitsplatz mal an, wie ist der aufgebaut, ausgebaut und ist er so sortiert, dass du die Dinge, die du ständig benötigst, auch in deinem direkten Umfeld hast, also dass sie, die, die sehr wichtig sind, sofort greifbar sind und du sie nicht suchen musst oder keine unnötigen Wege gehen musst, weil du sie ständig und regelmäßig benötigst. Und die Dinge, die nur zum Teil wichtig sind, also die, die ab und an mal gebraucht werden, in welcher Reichweite sind die an deinem Arbeitsplatz zu finden? Oder findest du, Hand aufs Herz, sehr viele Dinge an deinem Arbeitsplatz, an deinem Schreibtisch, die du vielleicht alle 2, 3 Wochen nur mal brauchst, die eigentlich unwichtig sind, die aber irgendwo aus der Gewohnheit heraus dort liegen, wo sie liegen. Das heißt, wenn du ins Sortieren gehst, sortiere mal deine Dinge am Schreibtisch, deine Arbeitsgeräte nach wichtig, zum Teil wichtig und unwichtig, sodass du die wichtigen Dinge sofort greifbar hast, die zum Teil wichtigen Dinge ja schon in der Nähe liegen und die unwichtigen Dinge am besten auch dort liegen, wo sie hingehören, nämlich nicht in deinem direkten Arbeitsumfeld, sondern dass du da durchaus auch mal ein, zwei Schritte gehst, wenn du diese benötigst. Punkt 2. Systematisieren. Das heißt, hast du eine sinnvolle und optimierte Ordnung, ist dein zugewiesener Platz so aufgebaut, dass er sortiert ist und hast du alles so systematisiert, dass es für dich passt? Wie viele Prospekte zum Beispiel liegen auf deinem Schreibtisch? Brauchst du so viele Prospekte? Oder was fehlt unter Umständen auf deinem Schreibtisch? Wo befindet es sich, wenn du etwas nicht brauchst? Liegt es da oder packst du es dementsprechend auch weg? Sodass du also nicht nur sortierst, sondern auch deinen Schreibtisch und dein Arbeitsumfeld systematisierst und natürlich in dem Zusammenhang, kommen wir zum dritten S, säuberst. Deinen Arbeitsplatz, dein Arbeitsumfeld nicht nur regelmäßig aufräumen, nicht nur einmal im Monat oder zum Jahresende werden die Schubladen mal durchgeguckt und Papiere weggeschmissen, sondern im optimalen Fall säuber deinen Schreibtisch täglich und verlasse deinen Schreibtisch am besten jeden Abend so, als ob du ja in den Urlaub gehst und jemand anders vielleicht deinen Schreibtisch nutzt, weil erfahrungsgemäß hinterlassen wir einen Schreibtisch ja ungern jemanden anders, unaufgeräumt, sondern sorgen dann dafür, dass der Schreibtisch ganz ordentlich ist. Wollen wir das ja manchmal auch machen, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, wer eine Haushaltshilfe hat. Wenn die Haushaltshilfe kommt, vorher wird das Büro oder die Wohnung noch aufgeräumt, damit sie auch putzen kann. Wenn sie aber nicht kommt, bleibt es manchmal so chaotisch, wie es in dem Moment ist. Und so sollte es halt mit dem Schreibtisch auch sein. Überleg dir jeden Abend, wie soll der Schreibtisch aussehen, damit am nächsten Morgen jemand gut putzen kann oder jemand anders deinen Schreibtisch gut nutzen kann. Punkt vier zu den fünf S ist das Standardisieren. Das bedeutet, welchen Standard hast du an deinem Arbeitsplatz? Gerade die ersten drei Schritte, sortieren, systematisieren und säubern, helfen dir, einen gewissen Standard, eine gewisse optimierte Ordnung an deinem Arbeitsplatz zu schaffen, um so auch für außergewöhnliche Arbeiten einen guten Ablauf zu haben, der dich nicht aus deiner täglichen Routine rausbringt. Und das fünfte S ist die Selbstdisziplin. Die bedeutet, dass du die ersten vier Schritte, sortieren, systematisieren, säubern und standardisieren, in deinen Arbeitsalltag implementierst und sie zur Gewohnheit machst. Und ja, vielleicht auch, damit deine Gewohnheit auch zur Gewohnheit wird, vielleicht eine Checkliste anlegst, was du zu Beginn des Tages zu tun hast oder was du am Ende deines Tages tust, damit du diese fünf S inklusive der Selbstdisziplin gut in deinen Arbeitsalltag implementieren kannst und so deine Produktivität erhöhst. Und was gibt es Schöneres, als schneller mit seiner Arbeit fertig zu sein oder bestimmte Dinge zusätzlich am Tag noch tun zu können, um erfolgreicher und effektiver zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Sortieren, systematisieren, säubern, standardisieren und bei der Selbstdisziplin. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und hinterlass auch gerne einen Kommentar, was dir ganz besonders gut gefallen hat. Wenn du Fragen dazu hast, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.